Hallo oder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming in Schwatzingen. Ja, mit der Gang. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal einen schönen Samstagabend. Ich hoffe, die Party von heute Morgen hat euch gefallen. Und wir sind bei der 998. Folge, meine Lieben. Oh, Alter, ich habe einen Kopf dran. Oh, was machst du denn hier? Oh, was schreist du denn so? Oh, Digga, ohne Witz. Mir tut alles weh. Wie bin ich denn hier hingekommen? Digga, bist du mit Schuhen in meiner Badewanne? Oh, Entschuldigung. Und auch noch die übelsten Schlammbotten. Ich kam direkt von Schweinefuhler fahren. Ey, wer liegt da in meiner Dusche? Keine Ahnung. Oh, nee, oder? Guck mal, wir hatten sich hier versucht, noch die Zähne zu putzen. Die ganzen Zahnbassas auf den ganzen Möbeln verteilt. Ach, du Scheiße. Oh, nee, ey. Ey! Boah, Gott, hat der mich ertroffen. Alter, bist du nicht ganz dicht? Ey, Scheiße, wo bin ich? Bayer, du bist in meiner Dusche. Wer ist Bayer? Hä? Boah, geil, der hat einen Gedächtensverlust. Warte kurz. Nee, mir geht's wieder gut. Ach, Scheiße. Verdammt. Oh, das Zähneputzen bei mir hat jetzt nicht so ganz hingehauen. Wolltest du dir hier noch die Zähne putzen? Ja, das mache ich jeden Abend, Entschuldigung. Bayer, was hast du denn da am Hals? Ja, aber du hast wahrscheinlich dir die Schränke mit der Zahnpasta geputzt, oder? Du hast... Der hat einen Knutestecker am Hals. Oh, was? Was? Wie, du... Moment, gehst du weg. Bayer, du hast einen Knutschfleck. Ich habe einen Knutschfleck. Mit wem habe ich das so nachher rumgemacht? Ey, warte mal. Wow. Ich kann mich noch erinnern, wie der mit Fiedel getanzte hat. Hey, Scheiße, habe ich einen Knutschfleck irgendwo? Nee. Hast du mit dem Herrn Fiedel da? Was mit dem Fiedel, oder hast du getanzt? Oh, übel ist ein, der hat hier getanzt. Du hast dich von hinten immer so umarmt. Ah ja, okay. Ey, Herr Bayer. Ja? Egal, was passiert ist, jetzt sehen Sie jeden. Fecht, oder? Ich wollte es sagen, bleibt hier im Haus, aber nö. Ja, ich weiß schon. Ich muss aber los jetzt. Och Gott, wie los? Wir müssen erst mal gucken, wo ist Bella? Ich muss erst mal, warum geht diese Tür nicht auf? Sind wir jetzt hörbar, ey? Irgendeiner hat uns eingeschlossen. Jetzt sind wir jetzt eingeschlossen? War gar kein Bock. Irgendeiner, nee, warte jetzt. Ich wollte noch ein bisschen die Tür anhören. Ach gut, hier ist schon mal niemand, Gott sei Dank. Wo ist Bella, verdammt nochmal? Warte mal, ich gucke mal im Schlafzimmer. Fentiment-Schlafzimmer. Bella? Oh, Gott sei Dank. Du bist allein im Bett. Ey, mit dem Schuh runter vom Bett. Junge, Herr Bayer, Moment. Wer sitzt hier gerade im Schlafzimmer? Das ist der Herr Friesi und der Herr Bayer mit einem Knutschflug. Herr Frau, ehrlich, ich sollte sich... Sollten Sie sich was anziehen irgendwie. Sollten Sie sich was anziehen irgendwie. Sollten Sie sich was anziehen, irgendwie. Oh, ja, raus. Also, du hast gar kein Pizza, Alter. Alter, der hat kein Pizza, Alter. Du, ich steh mich voll nicht. Was machst du? Ach so. Nee, 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 nee. Oh, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, Bella. Geht so. Oh, oh, Bella. Ja? Immer Zähneputzen. Puh, das riecht... Boah, nee, den Kaugummi reinschieben. Du riecht auch nicht wie nach Hosen. Jetzt riecht dich doch nicht wie auf, mein Schatz. Wo sollen Sie den Kaugummi reinschieben? Ach, was weiß ich. Oh, nee, ey. Wo ist denn der Rest von der Bande? Sind die noch nach Hause gegangen? Keine Ahnung. Oh, ganz ehrlich, ey. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Verkehrspolizei hat Alkoholkontrollen auf meine Anordnung gemacht. Deswegen bin ich auch hier eingeschlafen. Hast du Brötchen hier oder so? Ja, wir können auch frühstücken. Ähm. Da liegt einer mit dem Roten. Da liegt einer mit dem Blumen. Äh, lassen Sie uns mal rausgucken. Ey, was war denn das für eine Party gestern? Wie komme ich denn hier raus? Oh Gott. Guck mal. Ich komme hier nicht raus. Ich laufe auf. Nein, du bist vorne ins Wohnzimmer. Mein Gott, ey. Hast du doch selber die Hausführung mitgemacht? Hallo? Oh, hier ist auch einer. Das gibt es doch nicht. Ey, aufstehen! Ich glaube, der ist tot. Aufstehen! Der ist doch nicht tot, Fiedl. Jupp, bist du's? Das ist Jupp. Jupp, nimm mal den Kopf aus der Schüssel und komm mal auch hoch hier. Nein, Jupp ist hier draußen. Nee. Nee, Jupp ist hier drin. Nee, Jupp ist hier draußen. Weißig, stimmt. Ey, wer ist denn hier Grünhemd? Warte kurz, ich muss erst mal zu Jupp. Wo ist Jupp? Hier. Ich stehe in den ganzen Tornen hier. Ach, nee. Jupp, warum hast du einen Blumen? Jupp, die sind ruhig angepflanzt. Jupp? Ja? Was machst du dort? Wo bist du? Ja, wie geht's? Haben Sie mir einen Knutschweck verpasst, Herr Fiedl? Was, ich? Nee, Schnippes. Das kannst du vergessen. Schnippes? What? Ich war das nicht. Wieso Schnippes? Nee, es ist Schnippes. Er hat doch immer so ein Schnippes-T-Shirt an, Mann. Ach, na, hä? Ja, da steht Schnippes drauf. Schnippes? Also, ich weiß nicht. Komm mal her, komm mal her, eben. Das sind meine Ziviklamotten. Oh, was heißt, du bist jetzt voller Tiere. Aber soll ich mir sagen, Jupp? Du bist wahrscheinlich der Einzige, der gut riecht nach Blumen. Warte mal, das sind Ameisen. Du lagst auf dem Ameisennest. Schauen Sie mal Ihren Arm an, der ist knallrot. Ich glaube, die Ameisen haben sich vollgebieselt. Hey, ich merke das aber gar nicht. Das ist nicht schlimm. Könnte am Alkohol liegen. Das ist nicht schlimm. Können wir mal bitte drinnen nehmen auf der Toilette becken? Da liegt einer mit einem grünen Hemd, Fritz. Das ist ein Angestellter. Ich brauche ein Konterbier. Könnte sein, wo denn? Was willst du ein Konterbier? Oh, Alter. Ja, tu, was du nicht lassen kannst. Aber denk da, wir müssen heute auch an die Arbeit ran. Was für eine Arbeit? Wer ist denn wo? Weiß ich oder nicht. Das kannst du voll vergessen. Hier, im Scheißhaus. Alter, mach mal die Tür zu, Alter. Just, auf. Der ist am Fang. Ey, wisst ihr was? Es gibt nichts Schlimmeres wie einen Entgiftungsschiss. Das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Ekelhaft. Wir wissen schon, dass wir den Raum ins Termin abriggeln müssen, oder? Nachdem könntest du zumauern. I. I. Gustav. Ach, Gustav, ich mach keinen Scheiß da drin. Was ist das denn? Der Scheißer hat das Feuer. Herr Manus? Herr Manus, wir haben da irgendwie ein Problem. Guck mal. Wie ist das denn passiert? Warte mal. Ist das Karl? Ich glaube, der hat sich eine Insel gebaut. Ey, Schlage, hast du eine Insel gemacht, oder was? Was? Hast du dir eine Insel gebaut? Karl, dich bewegen, sonst bist du Wasser. Oh. Karl, du musst die rote Leuchte ausfahren, dann wissen wir, dass du da bist. Oh, shit. Ich dachte, ich wäre in Hause gefahren. Wieso steht da ein Polizeieinsatzfahrzeug bei mir im Pool? Du bist auch nicht ganz dicht in der Bier, oder? Ist das Polizei? Polizei. Wann ist die Polizei noch rot? Aber die Polizei ist ja doch mal nicht schon laut gewesen. Die Feuerwehr, würde ich sagen. Pack dir mal. Hey, wo? Mo, ich hab Feuerwehr nicht bei dir. Aufstehen. Oh, nee. Oh, der Herr Wehrmacht im Jacuzzi gemütlich. Aufstehen. Endlich, wer der Bier bringt. Oh, nee. Wo ist der Kaffee? Sag mal, wer hat denn eigentlich diese Regenbogenfarben in dem Pool gekippt hier? Ach, warte mal. Oh, nee. Das Wasser können wir komplett ablassen, ey. Äh, kennt irgendeiner einen Abschlepper, der mich da wieder rausholt? Äh, nee. Wie kriegen wir die Kacke wieder raus? Wer hat hier gerade sein Handy an die Boxen von meiner Ausrüstung gehalten? Ja, unerhört. Kann ja wirklich wahr sein. Ja, das ist der Riech. So, aufstehen jetzt alle. Hey, es könnte mal was drüber sein. Ich bin doch so müde. Äh, ich hab Kopfschmerzen. Äh, wie vor, ey? Pssst. Ja? Ich hab mal die Tür aufgelassen beim Klo und dann wird's mir durchlüftet. Manus. Da war kein Fenster drin, oder was? Ego, ey. Hm? Hm? Komm, wir stellen uns alle mal vor das Fenster hier. Kommt mal mit. Welches Fenster? Oh, guck mal, Kai fährt's Röhrchen aus. Au, U-Boot, oder was? Ruh, Alter. Und dann klopfen wir alle dagegen, okay? Aber er piept nicht mehr. Also, pass auf. Kommt alle her. Wir klopfen bei, wir klopfen bei jetzt. Also, drei, zwei, eins, jetzt, ne? Okay. Okay, seid ihr soweit? Ja. Drei, zwei, eins, jetzt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ey, Sommer. Seid ihr ab, bitte. Sommer. Harry, das ist ein Wattwix. Du, Männer, wachst du, fass mal Kaffee. Harry, würdest du dir mal bitte einen Schlüpper anziehen? Pass mal auf jetzt, so, Chef. Du bleibst mal genau dort stehen und der Schlüpper bleibt weg. Herr Hapa. Meine Freundin. Herr Hapa. Komm her. Sie haben einen, Sie sollten sich in eine andere Hunde raus anziehen. Da ist irgendwie was Gelbes vorne dran. Ja, wo ist er? Herr Bayer. Oh Gott, er hat den Schlüpper an. Oh Gott. Lass mich dort. Ja, Herr Schlag. Herr Bayer. Ja. Kann Baumwolle rosten? Harry. Kann rosten? Zieh dir doch mal eine Unterhose an. Du bist nur begleitet mit so einem Gummi dran. Hau mal ab hier, ey. Ja, ja. Ich sagte, ob Baumwolle rosten kann. Wer, wer von euch, was macht? Dann Harry doch in die Hose geschickt. Oh. Scheiße. Was war das? Ich glaube, die hat das Rollo abgerissen. Eine Kaffeemaschine. Das hat sich mehr angehört, als wenn jemand die Besteckschublade ausgeräumt hätte. Harry, jetzt zieh doch mal eine andere Unterhose an, Mann. Du hast einen Pipifleck. Nein, hab ich nicht. Sag mal, hast du irgendwas auf der Puppelle? Du siehst schon. Abstrakt. Geh'n einen ab. Harry, komm mal. Harry, du hast eine Scheiße. Alle ein Herz für abstrakt. Er weiß schon, wofür. Wer hat dem Bayer einen Knutschfleck gemacht? Erste Mal. Was? Der Bayer hat einen Knutschfleck? Ihr braucht gar nicht so gucken. Irgendeiner hat den Bayer einen Knutschfleck gemacht. Finde ich gar nicht cool. Fritzel? Ja. Machst du sowas? Was denn? Weiß nicht der, der wo fragt. Ach, Herr Friesi war das. Was? Ich weiß jetzt gar nicht, worum es geht. Waren die nicht mal zwischenzeitlich verschwunden? Na, äh, Emily, warte mal. War das nicht, wo die uns gefragt haben, ob die mal kurz bei uns das Haus gucken angucken können? Ach, stimmt. Ich war da mal lang und drin. Ich muss weg. Nee, nee, nee. Geil, ich weiß, ey, Bayern. Tschüss, Schnippes. Nee, sag mal. Nee, warte mal. Nein, stopp. Warte mal. Fritzel, du bist ja wieder rausgekommen. Fritzel ist wieder rausgekommen. Sag mal, Chef. Hm? Warum hast du dich dann wieder reingeschlischen? Worein? Rolf. Wir haben es wie beim Wrestling gemacht, abgeklatscht. Sons, ihr wart zu dritt drin? Alter. Oh, du. Emily, guck dir das kleine Zimmer an. Guck dir das zuwielte Zimmer an. Mit pinken Flip-Flops. Oh. Immer Chef. Das sind doch die Bayerseide, oder? Jetzt wäre genau der Punkt zu sagen, was du mit dem Rolf da drin gemacht hast. Ich will das nicht sagen. Das ganze Bett ist zerwühlt. Ich will das nicht sagen. Jetzt ist genau der Rische Zeitpunkt. Rolf? Rolf. Rolf. Rolf ist stiften gegangen. Wie, der ist weg? Das war ihm unangenehm. Was hast denn du mit dem gemacht? Ja, ich hab den, der hat da gepennt, da hab ich den in den Knutschfleck gemacht. Auf das hast du eine Anzeige wegen Belästigung. Ja, ich hab mich da nicht angesaugt. Ich hab da mit den zwei Fingern, hab ich den da am Hals gedrückt, bis es blau geworden ist. Ah, ja. Da hab ich gedacht, wenn der da hat er... Warte mal, warte mal. Ich hab mit Gerhard wie ein Achtabiger einen reingeorgelt. Warte mal, was hast denn du hier? Warte mal, den ersten Knopf. Mach mal den ersten. Der hat oben reingeorgelt. Ey, Jupp. Ich sag, ich hab mit Gerhard wie ein Achtabiger einen reingeorgelt. Bin da. Guck dir das mal an, hier. Guck mal. Bei uns ist da jetzt mit der Knutschfleckheit. Ah, jetzt kommt Bella. Ah, okay. Bella? Wenn du weiter machst, ist der von Emily, Kollege, ne? Jetzt kommst du. Harry, da? Jetzt schießt du mir wieder die Bilder in den Kopf. Was denn, Harry? Guck mal, hast du deinem Mann den Knutschfleck gemacht, oder? Jetzt weiß ich es wieder, Harry. Ich weiß es wieder. Unglaublich. Also ich war nüchtern gestern, weil ich den Salat weggeräumt hab. Oh, das erzähl ich besser nicht. W-w-w-w-w-w-w-w-was? Ja, der Bayer wollte mir seinen Elefantentanga zeigen. Das weiß ich auch. Und Miguel wollte es auch sehen. Aber der Bayer hat gesagt, nein, nur für Fritzel. Und dann bin ich rausgegangen, nachdem er es mir gezeigt hat. Und Miguel ist wieder rein. Und ich hab durch die Scheibe zugeguckt. Und da haben die sich beide gegenseitig den Knutschfleck gemacht. Du heizt mal schön die Fresse. Das kannst du aber komplett vergessen. Junge, erzähl dich mal ein Löhres hier. Du Peller, Junge. Du blickst gleich neben dem Auto da. Feuerwehrauto da. So, also, ja, jetzt mal lange Rede ohne Sinn. Da hat jetzt einer Kaffee gemacht. Kaffee läuft gerade. Und kann irgendeiner das scheiße Auto aus meinem Pool holen? Und kannst du vielleicht das Bett dann wieder machen, was du mit dem Bayer zerwüllt hast? Also, bei uns ist die Kaffee-Maschine fertig. Jetzt komm, aufräumen jetzt. Ja, also, bei uns ist Kaffee fertig. Warten wir Kaffee? Jo. Ich wär dabei. Oh ja, nehm ich. Also, ich würd das nicht unter dem Tisch fallen lassen. Wir sollten darüber nochmal diskutieren. Was? Junge. Das nächste Krillgut bei der nächsten Party, wenn du so weitermachst. Ich kippe mir aber erst mal. Der würde ich wahr sein. Und ganz ehrlich, du kannst doch einen Zehner in die Kaffeekasse hauen. So viel wie du gefressen hast, hat keiner mehr geschafft. Ja, ey, es war umsonst. Ja, kaum bei Miguel und umsonst. Ja, ja. Der würde ich wahr sein. Oh, Pritzel, komm ruhig rein ins Munde. Oh, Alter, mach die Fässer auf. Ich muss euch, also euch zwei, Harry und Miguel, also das sind echt schöne Häuser, ohne Witz. Das ist echt, echt schick. Muss ich mal so sagen. Also, wir wollten ja so ein bisschen Landhausstil, das ist gut gelungen, glaube ich. Also, modernes, vor allen Dingen, es ist ein modernes Landhaus. Das gefällt mir so gut, ne? Landhaus muss ja nicht immer so urig sein. Das kann ja trotzdem modern sein. Und das, glaube ich, ist gut umgesetzt von der Baufirma. Du weißt schön, dass du von unserem Haus sprichst. Du weißt schön, dass du von unserem Haus sprichst. Dein Riesenpalast da hinten, das ist jenseits von Landhaus. Ja, natürlich ist das Landhausstil. Modernes Landhausstil. Fünf Nummern zu groß, oder was? Dass da die fünf Nummern zu groß sind, das könnte nur die spanischen Finger sein, jetzt, wo ich es so sehe. Unglaublich. Es geht doch eher in die Fingerrichtung. Aber es gefällt mir auch ganz gut. Ich denke, ich bin immer im Urlaub, wenn ich heimkomme. Das Beste in deiner Villa finde ich, die Tiefgarage, die ist cool. Aber Chef, mal was anderes. Ja, sehr witzig gerade. Wer hat denn bei dir die Palme so blau lackiert? Hä? Wer deine Palme so blau lackiert hat? Deine blaue Palme. Ich glaube, das war der Bayer mit den Fingerfarben. Also die waren so voll, die haben da mit Fingerfarbe rumgemalt. Oh, nein. Ich will es nicht, ich will es nicht. Fingerfarben. Ey, warte mal. Hat der denn nicht mit Fingerfarben, der euch nicht gegenseitig mit Fingerfarben dann voll gemalt? Nachdem du nicht mehr wolltest, ja. Nee, da gebe ich keine freie Stelle mehr, hatte ihr Schlinge. Ecke ab! Nee. Ja, was ist denn jetzt mit Kaffee hier? Ja, wir haben alle Kaffee. Ja, steht da drüben. Ja, soll ich mir den selber holen, Emily? Jetzt schalt mal den zweiten. Hallo. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das war nicht schlecht. Du kannst mit deiner reden, aber das mit meiner. Schalt mal den zweiten. Kann ich hier unten so einen Multisaft nehmen? Von mir aus, aber wenn du den verfasst, gehst du bei dir. Sag mal, Harry. Ach, sauber. Ja, Jupp. Ja, warum habt ihr hier eigentlich so viele Küchenrollen liegen? Weil wenn Miguel laufend rüberkommt und fragt, ich brauche mal wieder eben für mein Zockerzimmer. Das ist nicht Rolle 1000 Schuss. Ja, für sein Zockerzimmer. Ja, ja, geht. Deswegen muss ich hier so einen Haufen Rollenwürder auf Lager haben. Weil wenn er drüben wieder boomert, flippt der Lager. Das ist keine Zehmerrolle, das ist Rolle 1000 Schuss. Hört ihr mir nicht zu? Bei dir 999 oder was? Ja, der letzte nehme ich meistens zwei, weil der ja dann an das Pappbräuchner gekleppert ist. Ich glaube, du kehrst mal lieber bei deinem eigenen Haus. Ja. Rolle 1000 Schuss. Kannst du immer wieder sagen. Aber ich fühle mich echt, als hätte ich gestern mit einem 8-1miger reingehortet mit Gerd. War schön heftig. Ja. Ja, heftig. Also war aber eine geile Party, muss ich sagen. Also danke, dass ihr alle da wart. Könnt ihr jetzt gehen, bitte? Ihr müsst auch mal trinken, wenn ihr keinen Durst habt, ne? Eigentlich müssen wir jetzt alle ein Konterbier saufen. Dann haben wir gleich die nächste geile Party. Und wir haben dieses abgast den Pool. Was sagt er? Und wir haben dieses abgast den Pool? Was? Ey, ey, was ist los, ey? Öl mal deine Dings wieder. Hallo? Der hat nur einen Frosch im Hölz. Kann auch sein. Aber nee, jetzt ohne mich, wir müssen uns Gedanken. Jupp, ich glaube, komm, wir müssen uns mal ein paar Gedanken machen, wie wir das Feuerwehrauto jetzt rauskriegen. Ich bin erst mal weg, macht gut. Johannes, ey, vielen Dank nochmal. Wo ist er denn hin? Hallo. Johannes? Hier. Da kommt er. Ja, ey, vielen, vielen Dank nochmal für das Fleisch. Es war künstlich. Also wirklich künstlich. Hat mich gefreut. Ja, ich stehe mir da. Empfehlt uns weiter. Ja, immer, immer, immer. Das hälte ich aber auch vorzüglich. Ey, super, super Marinade. So, danke. War wirklich sehr, sehr lecker. Gut, perfekt. So, na gut, komm, dann machen wir uns mal schon mal. Mach mit auf den Aufweg, ich muss noch mal tun. Ja, ist klar. Also ich würde sagen... Ich habe immer noch Kopfschmerzen. Wir bauen die Terrasse ab. Das können wir auch mal einer müssen die Terrasse abkirchen, die Terrasso-Platten. Ja, abkirchen ja nicht. Wir müssen das hier alles abbauen, damit wir mit dem Teleskoplader durchkommen. Ja, schön, das kannst du vergessen. Besorgen, Hubschrauber wegen mir. Sag mal, das Wasser muss man eh rauslassen. Wenn das Ding da reingefahren hat, der muss es ja hier durchgefädelt haben. Ich habe keine Ahnung, war ich das? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich wollte die Fahrt nicht kaputt gemacht. Ach, super. Ich fände auch mega geil. Aber das ist das Feuerwehrauto da am Pudis, das ist irgendwie ungeil. Achtung. Vielen Dank. Chef, warum bleibst du stehen? Keine Ahnung, ich kann nicht mehr fahren. Alter, ich konnte nicht mehr bremsen. Ich habe Johannes voll angebumst, Alter. Oh, nee. Was ist das denn jetzt hier? Ich kann nicht vor, nicht zurück. Johannes, tut mir leid. Gut, es ist nichts passiert. Ich habe nur ein bisschen Wagen verloren. Ja, ich konnte nicht mehr bremsen. Mein Chef ist einfach stehen geblieben. Der hängt doch irgendwie fest. Ey, kommt mal her. Seht ihr das da? Komm mal, stelle ich mal hier so hin, wo ich stehe. Was soll ich da sehen? Seht ihr das nicht? Was denn? Die Schrift? Ja. Ja, die Schrift sehe ich. Ich setze auf jeden Fall was drauf. Hast du ein Head-Up-Display im Traktor, was an der Seite hängt? Ah, jetzt. Was? Was? Was ist das denn? Das einer hat ein unsichtbares Schild. Das ist ja krass. Das ist wahrscheinlich so eine neue Technologie. Ne, sowas, Alter. Das frage mich nicht, ey. Wahrscheinlich hier neu vom Tourismusverband. Was? Wird bestimmt wieder 160 Millionen gekostet haben wahrscheinlich, damit wir da Geld rausschmeißen. Gustav, pass auf, nicht, dass du da auch noch hängen bleibst. Ja. Vielleicht sollten sie ein Hinweisschild machen dafür. Ja, das war Sinnvoll, ja. Es tut mir noch mal leid, wegen deiner, ähm... Ich lade wieder auf. Das war noch nicht alles. Ich gehe gleich zum Ringele hoch. Hallo? Sag mal, spinnst du? Du wachst es noch, mich anzurufen. Wenn du willst, dass ich umdrehe, sag noch einen Satz. Ja, ich wäre vielleicht noch zu dir gekommen und hätte mich erstmal bei dir entschuldigt. Ich komme jetzt. Ich habe gesagt, sag keinen Satz mehr. Ja, das kann doch nicht sein, weißt du? Weißt du, was nicht sein kann? Dass du frech zu mir bist. Man kann aber auch einfach vernünftig miteinander reden. Ich kriege gleich Blutdruck, Junge. Schreibe ich nicht, also es knalltet. Ja. Ich komme. Jetzt komme ich. Wo bist du? Ich renne bloß weg, wenn ich komme, Alter. Jetzt reiße ich dir die Bäckchen auseinander und zupfe dir die Haare mit der Pinzette einzeln raus, Junge. Da hinten sehe ich ihn wieder übers Feld abhauen. Das war so klar. Unfassbar, Alter. Habt ihr das gesehen, dass sie über die Felder abgehauen? Ach, wie geil war das denn? Ich hatte mal kurz ein Schlagloch. Ich hatte mal kurz ein Schlagloch. Was? Schon wieder um? Ja, das ging so schnell jetzt gerade. Ey, was? Das kommt mir gefühlt vor, als wenn wir fünf Minuten aufgenommen hätten. Aber meine Damen und Herren, Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall morgen wieder 10 Uhr vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.